Sie hören Surrender, 40 Songs, eine Geschichte, von Bono, aus dem Englischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann, gelesen von Mark Briemer, ein Hörbuch des Argon Verlags. I hear the ancient footsteps like the motion of the sea. Sometimes I turn. There's someone there. At times it's only me. Bob Dylan, Every Grain of Sand Teil 1 I can't change the world, but I can't change the world in me. SFX Theatre Dublin, Dezember 1982 1 Lights of Home I shouldn't be here cause I should be dead. I can see the lights in front of me. I believe my best days are ahead. I can see the lights in front of me. Ich wurde mit einem exzentrischen Herzen geboren. In einer meiner Herzkammern, wo die meisten Menschen drei Türen haben, habe ich nur zwei. Zwei Schwingtüren, die Weihnachten 2016 aus den Angeln gerieten. Die Aorta ist unsere Hauptarterie, unsere Lebensader. Sie transportiert das von der Lunge mit Sauerstoff angereicherte Blut, das uns am Leben hält. Es wurde festgestellt, dass meine Aorta im Lauf meines Lebens so überstrapaziert wurde, dass sich eine Blase gebildet hat. Und wenn die platzt, lande ich schneller in meinem nächsten Leben, als ich den Notarzt rufen kann. Schneller, als ich mich von diesem Leben verabschieden kann. Tja, hier bin ich also. Im Mount Sinai Hospital. In New York City. Ich betrachte mich von oben. Das Neonlicht spiegelt sich auf dem Edelstahl. Ich habe das Gefühl, dass das Licht härter ist als der Stahltisch, auf dem ich liege. Mein Körper scheint von mir getrennt zu sein. Weiches Fleisch und harte Knochen. Es ist kein Traum und auch keine Vision, aber es fühlt sich an, als würde ich von einem Magier in der Mitte durchgesägt. Das exzentrische Herz wurde eingefroren. Irgendwas wird ausgebessert, während das warme Blut umherschwappt und eine Sauerei veranstaltet, wie es Blut nun mal so macht, wenn es nicht gerade dafür sorgt, dass man am Leben bleibt. Blut und Luft. Blut und Eingeweide. Aber jetzt sind Blut und Grips gefragt, wenn ich weiterhin mein Leben singen und leben will. Mein Blut. Der Grips und die Hände des Magiers, der sich über mich beugt und mit der richtigen Strategie und viel Geschick einen schlechten Tag in einen richtig guten Tag verwandeln kann. Nerven wie Drahtseile und Klingen aus Stahl. Jetzt steigt der Mann mir auf die Brust, er führt seine Klinge mit der Kompetenz des Wissenschaftlers und der Routine des Fleischers. Fähigkeiten, die man braucht, um ein Herz zu öffnen und sich Zugang zu seinem Innern zu verschaffen. Das ist die Magie der Medizin. Ich weiß, dass ich keinen guten Tag haben werde, wenn ich nach dieser achtstündigen Operation aufwache, aber ich weiß auch, dass Aufwachen besser ist als die Alternative. Selbst wenn ich keine Luft bekomme und das Gefühl habe, zu ersticken. Selbst wenn ich verzweifelt nach Luft ringe und keine bekomme. Selbst wenn ich halluziniere, denn ich habe schon jetzt Visionen und es ist alles ein bisschen William-Blake-mäßig. Mir ist furchtbar kalt. Ich will bei dir sein. Ich brauche deine Wärme. Ich brauche deine Anmut. Ich habe Wintersachen an. Ich liege mit dicken Stiefeln im Bett und friere mich halbtot. Ich träume. Ich bin in irgendeiner Filmszene, in der der Hauptdarsteller langsam stirbt. In seinen letzten Momenten ist er verzweifelt und stellt seine große Liebe in Frage. Warum gehst du? Verlass mich nicht. Ich bin bei dir, sagt seine Geliebte. Ich habe mich nicht bewegt. Wie? Nicht du gehst? Bin ich es, der geht? Warum gehe ich weg? Ich will dich nicht verlassen. Bitte halt mich zurück. Der Erfolg birgt ein paar schmutzige, kleine Geheimnisse, die mich beim Aufwachen erwarten und aus denen ich aufwache. Erfolg als Konsequenz der Unfähigkeit, als Vorwand für die Neigung zur Zwanghaftigkeit. Erfolg als Belohnung für extrem harte Arbeit, hinter der sich vielleicht eine Neurose verbirgt. Dem Erfolg sollten Hinweise zu Risiken und Nebenwirkungen beigefügt werden. Für Workaholics und deren Freunde und Angehörige. Erfolg kann sich einem unverdienten Vorteil oder günstigen Voraussetzungen verdanken. Vielleicht nicht unbedingt einem Privileg, aber einer Gabe, einem Talent oder einer anderen Form ererbten Reichtums. Aber auch hinter einigen dieser Typen... Vielleicht kann ich eine사랑deativas bei ihr euch experimentieren. Vielen Dank.